Gesicht anwählen zu dürfen, weil es mich in dieser Situation zu jemandem macht, oder Tom in dieser Situation zu jemandem macht, der so groß sein darf, wie Tom immer sein wollte. Und als ich damals bei Starmania war, habe ich mich nie so wohl auf der Bühne gefühlt, wie ich wusste, dass es sein könnte. Ich wollte immer eine Diva sein und deswegen habe ich eine erschaffen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir auch eine enorme Freiheit, in sehr vielen Belangen eigentlich. Ich darf Dinge sagen, die, meine ich, schwieriger werden, würde ich keine Maske tragen. Wie zum Beispiel, ich kann definitiv frecher sein und bösartiger. Auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise, meine ich. Meine ich. Aber, wie soll ich sagen, das Wort Diva ist sehr, sehr negativ behaftet. In meinem Kopf gar nicht. Aber es hat schon, wie soll ich sagen, meine Großmutter ist die erste Diva, die ich kennenlernen durfte. Eine wahnsinnig liebevolle Frau, aber sehr streng. Sehr streng und selbstbewusst und hat eine Weile. Wie alt ist sie jetzt? Meine Großmutter ist jetzt 75. Sie ist ein bisschen hinterher. Alles, was sie sagen, wenn die erfährt, wenn die erfährt, dass ich ein richtiges Alter, dann bin ich enternkt.